Mahlzeit zur nächsten Folge oder bin jetzt immer noch in dem Getümmel drin, dass ich den Charakter aufleveln möchte und das in ein paar Stellen hat man es jetzt ja schon gemerkt, dass das definitiv was bringt. Ich muss vor allem das Schwert das Große für den Endgegnerkampf noch ein bisschen verbessern und die Ausdauer entsprechend anpassen, damit da was geht. Ah cool, das war schon mal nichts. Ah, Püßchen. Das ist schon cool, weil jetzt fühlt man sich echt schon, ja, ein bisschen sicherer. Geht ja schon ein bisschen hochnäsiger in manche Kämpfe rein. Dann wird er beim Flaps bewusster. Was man vorher ordentliches Knack gebraucht hat, aber das ist mal blöd. Ein Schlag abbrechen, das wäre ja ziemlich cool. Und jetzt haut er wieder mit dem Fuß zu. Also normal hätte das ein Schwert-Hieb sein, also. Geht mal, Haldi. Passt. Da fühlt man sich jetzt echt schon ein bisschen in dem Gebiet daheim. Der Horn. Das ist schon cool bei Dark Souls. Das ist vielleicht eher ein bisschen vergleichbar mit Zelda oder was. Dass man einfach die Gebiete dann in- und auswendig kennt. Also man schaut halt immer ganz genau, ist da noch was. Bei Dark Souls wird das noch eher so sein, dass es dann da wieder einen Shortcut gibt. Das ist schon cool. Leute, die Verbindung jetzt zu dem... Wie heißt die Stelle? Feuerbahnschrein oder irgendwie so. Das ist schon super genial. Feuerbahnschrein, genau. Da sind 580. Okay. Schauen wir sonst noch irgendwelche Seelen überhaupt. Nö. Aber jetzt holen wir wieder 10 Heiltränke. Das ist echt super geil. Ja, was die Menschlichkeit betrifft... Hm. Soviel hat mir das jetzt ehrlich gesagt nicht gebraucht vorher. So ist es mir zumindest vorgekommen, aber... Schöner habe ich ja da ausgeschaut. Das ist schon... Jetzt bin ich... Schon gescheit hässlich. Oh naja. Ja. Jetzt haben wir nicht zum Spaß zu. Und go. So. Jetzt hoffe ich, dass ich nochmal ein paar... Scherben krieg. Das wär schon cool. Boah. Das bringt doch gleich rüber. Oh fuck. Jetzt hätte das Schiff gekennen. So. Heiltrank. Und servus. Gut. Okay, doch glaube ich. Okay. Boom. Ich hab ja jetzt den anderen Schilder genannt. Jetzt kann ich mir dran gedacht. Boah. Ich strecke mir noch einmal deinen Rücken her. Fuck. Jetzt hat er wieder mit dem Fuß zugekaut, für was nicht sein hätte sollen. Das passt. Und die Schriftzeichen sind, glaube ich, jetzt auch wieder weg. Das kann ich mir sowieso auch noch nicht erklären. So. Jetzt hat er mir gesengt. Komm. Komm. Das ist einer. Schon wieder. Voll nervig. Da darf man nicht zu nah dran sein. Sonst haut er nicht zurück im Schwert. So. Du hast ja noch nicht zu. Du hast ja noch etwas Angst. Nichts. Das ist ein bisschen bitter gerade. Bitte. Ah fuck. Oh, schehe Ausküche. Nichts. Das ist blöd, wenn er dann nichts aufleveln kann. Oh. Das wird deutlich schwerfälliger. Das merkt man schon. Mit dem Schwert wäre die Axt fast gescheiter. Aber dafür haben wir heute auch nur 1-2 mal hin. Wenn man trifft. Oh. So was? Ne. Oh. So was. Oh. 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 Nichts. Oh, langsamer. It's head of me. Oh, langsamer. Hmm. Oh, langsamer. 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 Six. Last time. Hmm. Oh, langsamer. 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 Oh. Das war's. Komm mal, wasser. Heilen, heil die, dumm mit. Bitte, gib mir was. Oh man. Da trat er sich weg, der auf. Aber geben wir uns mal nix mehr. Da soll ich doch auf Menschlichkeit wieder. Jetzt hab ich wieder zwei auf Menschlichkeit. Ah, aufpassen und weg, weg. Okay. Komm her, wird's laut. Jawoll, sehr gut. Wo ist der flott? Übermotiviert. Jawoll, sehr gut. Jawoll, sehr gut. Der Außensound ist ja ziemlich schön. Ah, ich hab drin noch was vergessen. Nervig, aber ich brauch Seelen, wie blöd. Ich kann ihn wieder auf Tü wechseln. Das kriegt doch. Das ist super. Das ist super. Das ist super. Puh, das wollte ich auch nicht. Passt. Ach, wieder keine Scherben. Seid einfach so geil mit 810. Also nicht sieben. Also nicht sieben. Jetzt werde ich es dann wieder probieren. Das ist so weit. Es gibt immer so Gaste da oben. Ah, wer ist das? Jetzt werde ich es dann wieder probieren, dass ich mal den Endboss von da anpeile. Aber zumindest möchte ich die Seelen noch sicherstellen, damit ihr die für irgendwas verwurschtelt. Nett, dass wir hier dann oben verlieren. Das wäre ein bisschen doof. Jetzt braucht man echt schon einige Seelen. Das ist doch, wo es weiter geht. Was ist das? 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 hat er aufgemacht ne schickert oh fuck Uiuiui. Das sieht echt blöd aus. Keine Woyer-Scherbe. Ah, Rab hier. Fuck. Ah, da liegt nur eine Scherbe. Sie können das jetzt nicht weg. Kamaschen. Brauch Scherben, verdammt. In der nächsten Folge geht's auf alle Fälle mal wieder... ...die nächste oder die nächste? Also diese Seelen noch verwurschteln und dann... ...geht's mal wieder hoch. ...die zwei Kilometer. Ist es mal ein Erd? Ja. Ich bin da um 900. Schaut einfach cooler aus. Hm, jetzt wo sie hellen. Ich bin ein bisschen spät. 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 So. Ich bin ein bisschen spät. 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 Präsenz gegen Feuer. Passt. Gut, dann hat es den Höhlen-Shield. Aber zu viel Seelen, das ist der Mist. Das ist ein Maler, das ist ein Maler. Ich bin ein Maler. Ich bin ein Maler. Schadeniksmann. Du bist nicht verletzt. Kein von uns will dich gehen. So, und beim nächsten Mal schau ich wieder hoch und vielleicht geht ihr dann schon ein bisschen mehr. Danke fürs Zuschauen. Mahlzeit.